Wo nehmen Österreichs Unternehmen nur die Energie her? Die OMV hat uns geholfen, ein perfektes Logistiksystem in Rumänien aufzubauen. Mein Name ist Wolfgang Niesner, ich bin Vorstandsvorsitzender der Gebrüder Weiß Holding AG mit Sitz in Lauterrach-Varlberg. Wir sind ein national und international tätiges Transport- und Logistikunternehmen und beschäftigen 5.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit. Die Firma Gebrüder Weiß wurde im Jahre 1823 gegründet, die Wurzeln des Unternehmens gehen allerdings auf das 14. Jahrhundert zurück. Wir sind seit 25 Jahren für die OMV im Bereich Mineralöl- und Gastransporte in Zentral-, Ost- und Südeuropa tätig und haben vor einigen Jahren mit der Zusammenarbeit mit Petrom in Rumänien begonnen. Wir bewirtschaften in diesem Land Lager und sorgen für termingerechte Zustellung im Bereich Exploration und Produktion. Wir haben für den OMV-Konzern, besonders in Rumänien, Lager und IT-Systeme entwickelt, die helfen, die Prozesse zu optimieren und damit höhere Effizienz sicherzustellen. Die OMV ist für uns deswegen ein guter Geschäftspartner, weil sie erstens das größte Unternehmen in Österreichs ist, mit internationaler Ausrichtung, genau in unseren Kernmärkten und weil sie über enorme Finanzkraft, über Wachstumspotenzial und Möglichkeiten verfügt, die für Gebrüder Weiß höchst attraktiv sind. Wir schätzen die Größe, die Kraft und die Entwicklung der OMV sehr und würden gerne mitwachsen. Wir können uns mit dem Slogan der OMV sehr gut identifizieren, weil unser Slogan lautet GW bewegt. Das heißt, wir werden uns bewegen, damit OMV in Zukunft noch mehr bewegen kann. Wachstumspotenzial 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 Wachstumspotenzial